Patrick, du, sag mal. Oha, wie sieht's hier denn aus? Hattest du gerade einen Wirbelsturm? Nein, nein, ein Wirbelsturm ist gut, ich weiß auch nicht. Noch vor ein paar Minuten war mein Zimmer pico bello aufgeräumt. Was man jetzt beim besten Willen nicht mehr sagen kann. Ja, eben, das ist mein Problem. Ich weiß nicht, wie's passieren kann. Es fängt immer so harmlos an. Gerade ist mein Zimmer aufgeräumt. Ist mir, als hätt ich nur geträumt. Dann liegt mal hier was und was da, wo eben die schönste Ordnung war. Und ehe ich mich dann recht verseh, ist meine Ordnung längst passé. Gar nichts liegt mehr an seinem Platze und all mein Mühen war für die Katz. Ich hab in meiner kleinen Welt alles auf den Kopf gestellt. Wie kommt's, wie kommt's, wie kann's geschehen? Er kann das einfach nicht verstehen. Dazu fällt mir nur ein Wort ein. Chaos. Chaos. K-K-K-Chaos. Das Chaos fängt mit Ordnung an, wie man mal wieder sehen kann. Der Unterschied ist oft sehr klein. Wie sollte das auch anders sein? Verändert man ein Stückchen hier und da, gibt's Chaos, wo eben noch Ordnung war. Mir scheint, dass Ordnung nur pausiert. Wo Chaos herrscht und Unordnung regiert. Wie kommt's, wie kommt's, wie kann's geschehen? Er kann das einfach nicht verstehen. Ich weiß nicht, wie's passieren kann, ne? Es fängt immer so harmlos an, ne? Ich hab mein Spielzeug wohl sortiert. Das ist ja auch nicht kompliziert. Dann ist mein kleiner Teddy weg. Und darauf krieg ich einen großen Schreck. Ich wühl und such, wo kann er sein? Dreht meine Ordnung kurz und klein. Der ganze bunte Spielzeugschatz wechselt mit meinem Bett den Platz. Er hat in seiner kleinen Welt alles auf den Kopf gestellt. Wie kommt's, wie kommt's, wie kann's geschehen? Er kann das einfach nicht verstehen. Ja, dazu fällt mir wieder nur ein Wort ein. Nämlich Chaos. Ja, der K-K-Chaos. Der Chaos fängt mit Ordnung an. Wie man mal wieder sehen kann. Der Unterschied ist oft sehr klein. Wie sollte das auch anders sein? Verändert man ein Stückchen. Hier und da gibt's Chaos, wo eben noch Ordnung war. Mir scheint, dass Ordnung nur pausiert. Wo Chaos herrscht und Unordnung regiert. Dann hat also das Chaos, ich meine deine Unordnung, was mit Wegsein zu tun? Nein, mit meinem Teddy. Genau, der Teddy war weg. Chaos ist also Wegsein von Ordnung, wa? Na? Nun, wenn du meinst... Ähm, ähm... Äh. Äh. Jinx- Äh. Untertitelung des ZDF, 2020